Ich bin der Thaler Martin, bin 17 Jahre und komme aus Hintertersee und ich bin Zimmereitechniker bei der Firma Holzbaulinger Stockner in Scheuch. Ich darf da diese Trophäe überreichen und die Urkunde und wir sehen uns auf alle Fälle nächstes Jahr bei der großen Galanacht der Lehrlinge, wenn es um den Lehrling des Jahres geht. Stellvertretend jetzt für viele, die wahrscheinlich mitwirken, herzlichen Dank.